Hallo, ich würde gerne aufgeklärt werden, bitte. Ähm, also das geht so, ähm, also wenn ein Mann und eine Frau sich ganz doll lieben haben... Nein, das, das nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück. Naja, das letzte Mal ist ziemlich lange her, wo die Folge TTT da war. Ähm, hier sind noch ein paar andere Jungs und Mädels dabei. Sag doch mal, wo seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Hallo. Das war der Balthasar-Boomabo. Ich bin der Pacoldra. Hallo, ich bin der Spax. Ähm, also, heute wird ihr präsentiert von Ultraprotection, ihrem Schuhprotektor. Mädchen für die Frauentute, ja. Ja, Tittenbonus. Tittenbonus, Tittenbonus, hatten wir vorhin auch schon das Gespräch. Ausnahmsweise mag keinen später. Ja, das stimmt. Du hast keine Waffe? Ne, ich hab keine, ich hab nur ne Pistole. Das ist schlecht. Oh, ich sehe echt alle da oben. Das ist voll die gute Sniper-Map. Ja, echt, und ich hab keine Sniper. Ich auch nicht, ob nur eine Sniper. Die Granate, das ist hier Feuer, ne? Die ist ganz lustig. Werf die mal unter dich. Kann ich meine Waffe wechseln? Als Oberpro weiß ich das natürlich, aber... Ach, das hat's ja nicht gebracht. Du meinst wegschmeißen mit Kuh. Das hat's ja nicht gebracht. Ah, also wie bei Mielekraft. Ey! Ups. Ups. Ja, er hat Minecraft gesagt, er ist Klikkwalt. Ich hab vielleicht nicht geguckt, dass da jemand steht oder sonst... Ja, 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 ja. Ich hab irgendwie... Ach, hallo. Ich hab in Schüben nachher... Let's play Minecraft, damit ich nicht mehr Kriegst. Da ist ne Waffe! N'Rifle! Ach, wir haben ja auch zwei Traitor, ne? Und... Ja, hab ich ja eigentlich... Ja. Oh je. Mit F geht Licht an, ne? Ne, M16. Das ist ein guter Kompromiss. Traitor bist du Traitor? Ich schweige. Sie ist Traitor. Hey, sie ist Traitor. Haha, ganz guter Deckmantel. Wenn ihr nicht weg, es brennt überall. Brennt üb. Wo seid ihr denn alle? Ja, du bist voll groß, ey. Ja? Ja, ich kenn nicht mehr... Ist das der Pakoidra? Oh, der haben wir schon. Kinsey, schieb doch nicht! Ah, ich hab keine Muni! Äh. Ja, wer schießt denn jetzt auf wen? Kinsey hat mich angeschossen als Traitor. Aha, böser Kinsey. Oh, das ist weh. Hey, Devil. Was macht man denn? Du sparrst die ganze Zeit auf mich, du kriegst mich einfach nicht. Scheiße. Kinsey ist da und der war Traitor. Sehr gut. Also, ist der schon mal Proven? Ja. Ist der Proven? Da muss ja einer von euch das noch sein. Wie seht ihr denn noch was? Äh, Clive hat gerade geschrieben. Einer seiner Wettbewoner ist voll blau. Er muss ihn erst mal ins Bett bringen. Sorry. Was? Was? Aua! Okay, dann ist es wieder. Der da. Der Krupp spielt das so gut herum. Und wenn du mal nicht so schubst, dann. Der da. Ich krieg dich. Du kriegst seine Mutter. Nee, du kriegst seine Mutter von Sonnebauer. wir haben sie ja schon in den Sitz und so ich gebe Menschen üben ach ich bin ja tot man kann sagen wir wissen alle das ist gut und es ist auch egal ja hey du bist tot als Maul mit mit Kultus und mit zu finden dort mal er hat keine Ahnung wo die ist ich hab aber das Kein drei Tore. Ah, hier ist die richtige Munition. Tolles Muni-Arsenal hier drin. Da hinten einer? Naja, ne? Doch. Ne, das ist nur ne Textur. Ne Textur in der Ferne. Ah, ich hab beschossen. Du, was? Wie? Wie? Alter, mit was hast du mich gerade abgeschossen? Mit der Diegel. Alter, auf dem Entfernung. Mit der Diegel. Ich hatte, ich hatte ein Arma, also weißt du, und hatte 100% fast. Zum Teil hast du es hinbekriegt. Ja, Headshot halt. Not bad. Aber das war mehr Glück als gekonnt. Nächsten gibt's das zu. Tja. So. Oh. Neue Runde, neues Gluck. Oh, eine Smokernet. Na ja. Kommt auch gar nicht ins Steam-Menü reingehen und ich glaube, ich hab's gelesen. So musste ich meine Aufnahme eben kurz abbrechen. Ich... Was du alles für ihn tust. Ja. Ist so sozial. Naja. Ne, ich wusste nicht, wer geschrieben hat. Hätte ich gewusst, dass das Kleiber ist, dann hätte ich's gelassen. Ja. Boah, oben rechts gar nicht angezeigt. Ah, 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 was machst du hier? Ah, 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 ah. Keutra, ah, 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 ah. Wer hat die jetzt? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Hier, ich schenk dir was. Ich schenk dir was. Boah, Munition. Wer schenkt dir etwas? Eine Stange. Eine, eine sehr lange Stange. Eine, eine sehr lange Stange. Oh, was ist das denn? Huch. Die nehm ich. Ne, 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 ne. Deine magst du lange harte Stangen. Was? Oh Gott. Ah, 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 ah. Wer ist das? Wer ist das? Was? Fuck you. Folgt mir nicht. Ah, ist das Lame hier drin. Ich will aufs Dach, glaub ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich erbe, ich erbe. Du Bastard. Mein Tag. Äh, als Cedar bist du tot? Ich guck mal ob sie tot ist. Ah, ah, ah. Siehst du, dass ich hab ein Leben wegen dem Bastard. Komm raus. Wie ist denn? Cedar, wenn du tot bist, dann halt's mal. Wo geht's denn, hau? Ne, Cedar lebt nur, die läuft halt nur rum. Ach so. Ich bin ein Geist. Du Pisser. Du Pisser. Du Pisser. Was, äh. Ich bin ein Geist, du Pisser. Die Sprache merke ich mir. Äh, Flo, warum ist Cedar tot? Warum lacht Cedar? Das weiß ich nicht, warum die beiden tot sind. Boah, die beide tot? Okay. Sag mal. Wo geht's denn hier hoch? Mann, Domi, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu spielen. Ja, das stimmt. Kinze, wo bist du? Wir wollen nicht umbringen. Ich bin irgendwo hier in dem Gebäude. Ich find den aus wirklich. Ich hab mich grade gesehen. Ja? Ja, ich glaub schon. Aber warum wollt ihr mich umbringen? Seid ihr etwa Traitor? Da ist gar nichts mit, oder? Der hat doch zwei confirmed eben, dass die beide tot sind. Das ist ja da an der Freude, ob du draufziehst. Ah, hier geht's raus. Diese unschuldige Frage. Seid ihr Traitor? Äh. Was geht? Die Orbital Gun, oder was ist das? Das ist der Friendship Beam. Der Friendship Beam, ja, ja, ja. Komm weg, ist Musik. Ich mag diesen Song. Oh, wo ist, wo ist der Sound? Ich mag, dass der Ding hier vorher endet. Echt? Das ist immer das gleiche. Oh, jetzt ist mal Spaß beiseite hier. Alter. Jetzt aber los, ey. Mit der Belagerung. Erstmal Headcrabs hingemacht. Was war das? Was war das? Hä? Ach so. Oh, dieser war noch alle nach unten gefallen. Wo war der denn genau in welchem Stockwerk, als du dir gesehen hast? Der ist draußen. Der ist bei dieser Brücke. Da wo ich hinschieß. Nee, das ist eine Textur. Auf die hat mich letztens auch schon reingefallen. Nein, das ist er. Der hat mich eben angeschossen. Ach so, da unten. Mann, das ist der Funk. Kommen jetzt die Crabs von hinten? Das ist eine Textur. Ja, ich hab den nicht da unten gesehen. Hey, ihr seid tot. Klappe halten. Was? Was? Ich will ihn haben. Ich hab ihn erst gesehen. Fuck man, ich treff einfach gar nichts, verdammte Scheiße! Ah! GG! Also Morobo, wie willst du ihn in dir haben? Können wir Morobo nochmal mitdiskutieren? Hä, wie willst du was haben? Du weißt es ganz genau. Steht man eigentlich, wenn man da runterfällt? Ja. Nee, nee, das überlebst du. Ja, ja. Was will ich nicht machen? Was will ich nicht machen? Was will ich nicht machen? Hallo, ich würde gerne aufgeklärt werden, bitte. Ähm, also das geht so. Ach so. Also wenn ein Mann und eine Frau sich ganz doll lieb haben. Oder ein Mann und ein Mann und eine Frau und eine Frau. Ja, ist ja das sehr aufgeklärt. Oder sehr offen für alles. Tja. Hey, wer ist das? Okay, nicht so aggressiv. Ich mach nur Kisten kaputt. Ich hasse Kisten. Meine Kisten. Oh, Vorsicht. Lauf nicht ins Messer. Ich hab alles. Sag mal, wo gibt's denn hier Waffen? Kannst du mir zeigen, wo es war? Bring mich ins Waffenwunderland. Ich hab eh. Oh, ich hab eh. Ich hab eh. Oh, ich hab eh. Oh, ich hab eh. Oh, ich hab eh. Ich bin zweimal ins Feuer gerannt. Ich dumme. Okay. Oh, doch hier geht's hoch. Juhu. Gibt's da Waffen? Ja. Ich hab da. Ich glaub hier. Oh mein Gott. Fuck you. Ich bin's nicht wieder. Oh, ich bin verbrannt. Waffen. Hallo? Hier war ich noch gar nicht. Überall. Alter, hier bedingt gibt's so viel Munition. In dem Hangar da oder was ist das? Oder im Lagerhaus. Aber keine Waffen. Nur Pistolen. Ja, ich. Was ist los? Alter. Ich hab grad ne Insta-Darrel. Wollte aufs Fenster werfen. Aber das Fenster ist nicht kaputt gegangen. Aha, aha. Was machst du hier? Beim Werfen. Ich suche Waffen. Ich bin in dem Haus, wo Kinzefläben war. Oh Gott. Grauenhaft. Das ist heftig, ne? Man verliert sich die ganze Zeit. Ey, das sieht immer halt gleich aus. Jaaaa! Wer hat denn da auf mich geballert? Ich glaub auf mich hat jemand geballert. Hallo Julia. Ich bin raus. Hallo Julia. Okay. Äh, hallo. Lebt ihr noch? Mann, das war jetzt extrem lustig. Oh, Kinzefläben. Du weißt schon, wenn du Traitor bist und du tust jemanden confirm, dann ist das ganz schön dumm. Ja? Ist das das? Achso. Warum sagst du das? Du bist auch tot, oder? Ich? Ach ne, du bist auch Traitor. Aber da kriegt der Punkte, wenn er jemanden confirmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich mein jetzt nur als Tarnung ist es nicht so schlau. Warum stirbt eigentlich Bakoy drauf und Zedda immer zuerst? Und Feierabend hat er eben geredet. Naja, Zedda war halb tot und hab so'n Krotz. Genau, und ich bin Sparks hinterher gelaufen und dann hat irgendjemand auf mich geschaut. Hallo, du bist tot. Und er lässt sich ohne, knallt mich weg. Das ist eine rhetorische Frage. Ich versuche nur mal aufzuklären, okay? Hey, wo kommt man denn hier? Ja, ich will das mal wieder herausfinden. Wo geht's hier raus? Ihr seid im Terrorhaus, heh heh heh. Nicht so vorwürdig mit Zedda allein. Ja, Mann. Die sind die beiden coolen, die dann so gegen dich. Ah, hier geht's los. Okay, ich bin innocent, dann bist du wohl auch innocent. Ja? 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 Was? Hm. Mann, das ist auch wenn man stehen bleibt, Kinze, find ich so schlau. Ja, stimmt. Halt dich für Gerüchte. Stimmt. Alter! Ich bin ja auch voll der CS-Pro. Ja, das wissen die wenigsten. Ja, 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 ja. Pfuh, alter, pfuh! Nein, er hat ein Shotgun! Fuck! Aha! Nein, irgendwann hab ich eingetötet. Nicht so wie ihr beiden. Ganz ehrlich, ich bin zweimal in sein Feuer reingelaufen, okay? Ja, okay, man schmeißt sowieso die ganze Zeit nicht auf meine Nummer hoch. Willst du jetzt damit sagen, dass du besonders schlau bist? Feuer ist schon warm? Er läuft doch schon... Feuer ist schon warm? Er läuft doch schon in Feuer rein, als echt. Ja, Feuer ist warm, hast recht. Ja, das ist schön warm. Ja, das ist schön warm. Oh, war sehr warm. Du bist so wie Patrick, war Spongebob der ins Feuer fest und nach 20 Minuten merkt, oh, ist ja heiß. Patrick ist wenigstens süß, okay. Patrick ist cool, Junge. Patrick ist fett. Patrick ist aber cool. Willst du damit jetzt irgendwas sagen? Vielleicht. Ist das was gegen fette Menschen? Ist das was gegen fette Menschen? Ja. Ist das was gegen fette, aber finde ich ein bisschen diskriminierend. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ja, du bist ja auch nicht zu mir, du tötest mich halt, ne? Oh, Waffen. Gemein. Wir gehen gleich nicht mehr, was da eingestimmt hat. Oh, ja. Hallo. Hallo, Paco Ultra. Oh nein. Hilfe, 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 ich hab keine Waffe, Hilfe. Aua! Oh, da ist Feuer. Sparks. Hallo, da ist Feuer. Oh, noch eine Discom. So, da kommt nochmal Feuer. Wer hat... Was war das denn? Ich hab keine Leben dabei verloren. Ja, das war nur so eine Discom-Volator, die schloss sich nur weg. Okay. Ich hab keinen Schaden. Ja, gut, ihr kann am Abhang auch Schaden machen, ne? Ja, gut, aber du hast ja den Abhang. Das stimmt. Hallo, Paco Ultra. Das ist richtig. Das ist aber drauf. Ich brauchst du nach der Vernunft der Gewerfe. Ah, was machst du da oben? Ist der da? Was schmeißt du da? Ich hab grad nur Dings geworfen. Ist dir zu dir gekommen? Na, das ist ja... Bis. 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 Was bist du dir denn? Ich würd gern oben aufs Dach gehen. Mal gucken, ob das von hier aus geht. Oh, ich hab gar nicht gehört. Hm, eine Pistole. Was ist das? Was hab ich da denn? Was ist das? Ich schmeiß grad nur Smoke, also mach dir nichts los. Also mach nicht mehr Gedanken. Ah, hallo, Seda. Schaff ich, schaff ich. Schon wieder. Nein, du hast daneben geschmissen. Hallo. Psst, geh weg, ich bin bestätigt. Oh. Ey, wenn du jetzt mit Traitor wär, dann wär ich voll gefickt. Aber richtig, Alter. Ich nehm lieber mal die Shotgun, ich hab Angst. Oh, ihr beide? Äh. Äh. Äh, hallo, ich hänge fest. Kommst du jetzt auch zum Ziel? Nein, nein, ich rufe. Scheiß Kiste. Ich muss nicht mehr Gedanken machen, wer Traitor ist, anstatt hier Kanaren zu werfen. Nein, das ist das Horrorhaus. Alter, weißt du, was ich grad versucht hab? Komm mal hierher, wüsst mich. Ist mir da was geworfen. Ja, ne Incendary. Oh, was ist das? Guck. Ich, ich stand hier. Weh, ich werde jetzt wieder quacken. Ja. Und ich versuch von hier, äh, dort hinten, sozusagen, auf den Weg. Ach so, ich muss, ah, ich muss sie wegwerfen. Ja. Ich hab geguckt, ob das geht. Nicht huge. Ah! Ich warbte, ich hab dich geschossen, Mann. Schon gewonnen? Ich hab gar keinen gesehen. Alter, was war das denn, ey? Was passiert? Ja. 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 Ich dachte, du wärst das gewesen. Also liebe Zuschauer, bis Folge 1000 werden ich besser sein. Naja, was bringst du denn da runter? Ach. Mindestens. Sag dir, Folge 1000 nochmal, dass er dann in Folge 200 besser sein wird. Ja. Ja, genau. Da hab ich eh schon gesagt. Abfolge 100 Meuschen fest auf. Ja, dann wird es doch besser. Auf jeden Fall. Ja, hallo? Das war vielleicht erst gemeint, hallo? Ja, das war erst gemeint, auf jeden Fall. Oh, warte, falsche Person. Ja, heute ist gleich erst dabei. Komm, 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 komm. Ich seh nix, ich bin alles dunkel. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt schon seit zwei Runden nicht mehr auf andere Menschen getroffen. Da ist jemand, da ist jemand. Da ist jemand. Endlich, Menschen. Menschen in Sicht. Ich spiel dein Schottelt. Ich spiel dein Schottelt. Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Was? Ich hoffe, du bist innocent, weil sonst wäre das jetzt irgendwie ein bisschen doof, wenn ich dir jetzt hinterher bin. Guck mal, was Balthasar. Was war das? Und wo ist Seda? Du hast gesagt, du hast mich gesehen? Was ich schon halb totüber? Das ist bestimmt auch ein Dach wieder beobachtet. Nein, ich bin versucht, wieder irgendwo den Balthasar zu finden. Da ist jemand. Du kannst dich, wie du bist. Wie bist du denn hier? Wie bist du denn da draußen? Das sind die Treffende. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. Der Tag. viele menschen es brennt ja ich weiß kommt eine junge dame hat mich angezündet aha ist wow 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 die obeste das war irgendwie swag alter swag wer ist denn da oben auf dem dach wer ist denn da oben auf dem dach Ich hab dir vertraut! Ich hab dir vertraut! Ich hab dir vertraut! Hä? Du bist da drauf! Also stimmt, aber wie kommst du da drauf? Weil du die Friendship gegen ihn gemacht hast. Sparks! War hinter mir, stimmt ja! Scheiße! Ja... Seda! Komm her! Ich bin enttäuscht! Das sagt der Bonomo! Ach so, das weißt du. Okay, ich hab die ganze Zeit auf Seda geschossen. Ja, meine Frage, wieso hab ich jetzt nur noch zwei Leben? Weil die von euch Prüssen hat mich die ganze Zeit angeschossen, wenn ich hierhin falsch war. Das war ich. Das ist gut, dass sie noch zwei Leben hat. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit alle? Ja, Soyka! Ich darf nichts sagen, ich bin tot. Ich bin tot, ich darf nichts sagen. Aber ich hab jetzt gedacht, dass Seda es wär, weil sie ihn getötet hat. Das hab ich nur gesehen, ich glaub ich hab dich abgeschossen. Ich hab dich doch angeschossen, er hat versucht mich zu töten. Toll, da hätt's aber nicht geschafft, man. Du bist ganz schön scheiße. Das war alles so viel Wind. Du musst mal... Du musst mal ein Bild auszudrücken. Hm. Peng! Oh! Du hast dich schon erschreckt. Oh! Oh! Ich überleg dir die ganze Zeit, ich glaub hinter dir... Oh Mann. Du hast die ganze Magazine in dich reingeschroten, du hast es überlebt. Ja vor allem, ich hab's dann gedacht, soll ich ihn jetzt... Räumst du schon wieder auf? Ja. Mach die Fenster sauber. Oh, das machst du toll. Wie... Was für'n toller... Was für'n toller Schwamm ist das denn? Ja, der ist ja quasi durchsichtig. Ach so! Ja, ist das der Seda-Schwamm? Nein! Ist das der Seda-Schwamm? Nein! Mein Körper! So sauber, dass man durchgehen kann. Ich seh aus, jetzt würd ich tanzen. Der neue Schwamm von Spee. Seda. D-A. Steht für... Super... Äh... Irgendwas. Äh... Bombastisch. Aussehend. Sauber. Da kommt ein D und kein B. Kisten? Da sind Kisten. Dom-blastisch. 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 Don-dastisch. Hä, wat? Jetzt verwirrst du mich. Dehnbar. Wie wärs mit Dehnbar? Ne, ne. Super elastisch dehnbarer... Oberschwamm. Oh, guck mal, hier die Decke ist... Äh... Oberschwamm? Aua. Passt nicht. Ja, und ich bin Traitor. Ist klar. Ist klar, Bonobo. Na ja? Du bist Traitor? Okay. Also... Kinsey ist K.O.S. Bonobo ist Traitor. 100 pro... Ja, ich bin Traitor. Glaub ich nicht. Robert, ich wär fast runtergefallen. Sonst. Äh. Da-da-da-da. Warum brenzt er? Looo? Ich bin gerade im Fenster rausgekommen. Looo, ich glaub den diesmal nicht. Guck mal, die Decke ist übrigens, äh, Buggy. Ah! Auch ein Krebs. Ah! Oh, wie sagst du denn? Wieso schießt du den an? Stopp, 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 ich glaub das Flo ist. Wo ist Flo? Das ist der eingeschossen. Wo ist Flo? Oh, scheiße, er war innocent. Ja, okay. Vergessen zu begabt. Vergessen zu begabt. Oh, Mann. Irgendjemand ist, ist ausgeteilt. Ich glaub der ist... Ja, der ist raus. Da ist er wieder. Ich wusste es. Ich hab genau... Ich hab nichts gemacht in der Runde. Natürlich die beiden Innozenten. Du bist ein Frasti. Vielleicht habt ihr vertraut. Okay, folgende Ende. Was? Folgende Ende? Ach, die Map ist vorbei. Ja, dann... Wunderschöne Folge. War richtig scheiße. Hat Spaß gemacht mit euch. Wollen wir noch eine Runde weiterspielen? Ja. Eine Runde können wir noch machen. 21 Minuten, ich werd das Video hier beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Jungs. Draußen Daumen hoch noch geben und so. Voll blau, wenn ich so einen Daumen einhalte. Ich wusste nicht mehr, welche Map es war. Daumen hoch. Macht's gut. Wir sehen uns.